Ja, dieses Video muss leider stattfinden, weil YouTube mal wieder scheiße ist. Ganz kurz, falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum ihr gewisse Videos nicht seht, guckt einfach mal, wenn ihr hier oben auf euer Icon klickt, dass ihr hier den fucking eingeschränkten Modus deaktiviert habt oder aktiviert. Ihr müsst ihn deaktivieren, sonst seht ihr einfach, ich zeig's euch, sonst seht ihr einfach gefühlt ganze Videos nicht. Bestes Beispiel, unser Mario Kart 8 Deluxe LP, guckt euch die Scheiße an, Part 1, 2, 3 sind da, 8 auch, aber zwischen 3 und 8 fehlt halt alles und Bullshit. Und danach fehlt halt auch alles. Alle Parts danach fehlen und die Kommentare sind fucking nochmal deaktiviert. Das kannst du mir nicht erzählen. Einfach auf den scheiß eingeschränkten Modus gehen, beim Handy funktioniert das nochmal anders. Beim Handy funktioniert das leider so, da müsst ihr in die Einstellungen gehen, richtig, da müsst ihr auf das Zahnrad drücken, wenn ihr bei eurem Profil seid, dann müsst ihr da richtig auf allgemein, glaube ich, auch raufgehen und sowas. Das ist ganz, ganz komisch, ich weiß es nicht. Aber ihr seht schon, jetzt sind alle 12 Videos hier. So, jetzt können wir sie sehen und da ist nichts. Also, ganz, ganz, ganz kurzes Infovideo, wirklich nur ganz, ganz kurz. Danke, dass ihr zugehört habt. Das ist arschwichtig, sonst seht ihr einfach gefühlt den halben Kanal nicht. Ich weiß auch nicht, das ist bei anderen YouTubern noch schlimmer. Da ist teilweise, da sind teilweise ganze LPs ausgeblendet, ganze Videoreihen weg. Und das ist echt lächerlich. Und die Kommentare sind deaktiviert, das ist halt auch so ein Ding. Also, guckt da einfach mal drauf, das wäre sehr episch, wenn ihr das einmal checken würdet. Denn sonst wundert euch nicht, warum gefühlt nie irgendwas kommt. Denn gefühlt ist fast alles auf der Blacklist. Das ist ein bisschen lost, aber ist leider so. Und das ist ziemlich random, deswegen deaktiviert die Scheiße.